So, so, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bei Call of Julu. Ja, wir sind jetzt auf Darkwater angekommen und von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt, was wir da erleben werden und was da so abgeht. Let's do it! Und wir unterhalten uns gerade mit dem Kapitän. Und seine Frau, Sarah Hawkins. Eine schöne junge Frau und eine großartige Pferde. Was eine Tragedie. Du wißt du was? Geh mal auf den Stranded Whale. Was du brauchst ist ein guter Pick-Me-Up. Mitchell kann nicht sehr willkommen sein, aber seine Bar hat eine Überraschung für dich. Wie für mich, du findest mich bei der Habermaster's Office. Okay, das ist cool, dass das jetzt so ein bisschen Open-World-Style ist, dass sie sagen, ey guck mal, da ist ein gestrandeter Whale. Dass sie sagen, ey guck mal, da ist hier das Gebäude und da ist hier der Fitzroy, hier in der Hafenmeisterei oder wie auch immer das heißt. Von daher würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal so eine schöne Runde einmal quer durch die Stadt durch. Und dann schauen wir einfach mal, was der Hafen so zu bieten hat. Ein gestrandeter Whale. Hallo! Ja ne, das wollen wir ja echt nicht. Warten wir mal hier. Medizinkunde. Aha! Sag mal, wie nah kann ich hier eigentlich rantreten? Interesting. Ah, Digga, das muss ja von was Riesigem angegriffen worden sein, also, holy shit. Äh, die Seemänner regen sich wegen Nichtigkeiten, sie sind dem nicht gewachsen. Wir gehen einfach straight for the kill. Mal gucken, ob der uns weiterhelfen kann. Und so, wer bist du? Ich habe mich nicht zuvor. Edward Pierce, Privatdetektiv. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to. Oh, no, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. Du stehst da einfach nur rum. Oh, yeah. It's a sign. There's something coming. Something... You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Don't put that piece back in the water, you shiessters. You're crazy. You shies. Ja, yeah, yeah, you shies. Okay. Ähm, ja, dann lasse ich die da euch mal, äh, ne, ich lasse euch mal machen. Ne, wir gucken uns heute mal weiter um. Wir könnten in die Bar gehen, was geht hinten so ab? Oh, das ist eine sehr schöne Straßenlaterne, die erfüllt ihren Zweck. Was haben wir hier? Wir haben alte Menschen. Können wir mit denen reden? Nö, aber wir können die nur awkward angucken. Das ist doch schön. Ähm. Aber wir können ja nicht weitergehen, so wie es aussieht. There's nothing for you here either. Beat it. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ansonsten werde ich hier gleich noch verprügelt oder was. Scheiße. Okay, da drinnen gibt es eine Überraschung. Was haben wir hier? Prohibition ist nur ein Lachen hier. Das suitet mir gut. Ja. Das Problem ist, sollten wir vielleicht unserer Alkoholsucht vielleicht entgegenwirken oder sollten wir uns der voll hingeben? Ich frage mich halt, was für das Erreichen des Ziels, also in dem Sinne das Lösen des Falls, besser ist. Wahrscheinlich die Finger vom Alkohol zu lassen. Das habe ich ja vorne im Büro schon super geschafft. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Bar, weil das so ein kleines Nebenziel ist. Dup, dudup. Ah, wunderbar. Gehen wir mal rein. Vielleicht können wir uns ja mit denen hier unterhalten und können schon mal ein paar Infos sammeln über das Lagerhaus 36. Also wie es aussieht, kann ich, naja, nichts machen. Schade. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Also ich meine, wären ja ideale Kandidaten für ein Gespräch gewesen, aber dann halt nicht. Gehen wir mal in die Bar rein. Vielleicht gibt es ja eine kleine Schlägerei. Alter, die Ohren. Sieht doch nicht gut aus. Oh, wer ist sie denn? Die mysteriöse Lady? Let's get him another drink. He's dry. In my bar we don't serve Troublemakers. Äh, ich habe den Streit nicht... Oh Gott, jetzt können wir schon halten, um Redegewandtheit zu testen. Ach du Scheiße, halten, um meine Stärke zu testen. Sie gehen zu weit. Tut mir leid. Ich habe den Redegewandtheit zu testen. Probieren wir es doch einfach mal. You saw what happened. He's the Troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways and then, as soon as the pressure rises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Ja gut, das war jetzt so ein bisschen, naja, schwierig. Ähm, ich würde sagen, äh, mehr über Darkwater herausfinden. Ich suche das Lagerhaus 36. Ähm, da würde ich mal sagen, probieren wir mal mehr über Darkwater herausfinden, oder? Wäre eigentlich gut. Wobei, das Lagerhaus zu finden, hat, glaube ich, jetzt erstmal absolute Priorität. Ah, das kennen die. Ja, das hat geklappt. Ja, das ist doch super. Passt doch. Joanne, klar. Okay, dann nicht. Ja, ich suche das Lagerhaus 36. Ähm, ich würde sagen, mehr über Darkwater herausfinden. Ähm, ah. Warum zum Gestalten, mehr über Sarah Hawkins. We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Oh. Aha, Psychologie, Profi. Aha, reden Sie, das hilft. Sie reden nicht schlecht, wenn es wahr ist. Genug von Sarah Hawkins. Ne, da müssen wir jetzt nachhaken. Wir müssen hier weiterkommen. Äh, reden Sie, das hilft. You don't dare say a thing, because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, and she went to see her doctor and very often. Aha. Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. Hm. Hätte ich doch noch nichts gesehen. Okay, hatte viele Arzttermine. Her Vision. Was it so terrible? The way I see it. The truth is really a question, a point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Tja, die Bilder waren schon ziemlich einzigartig. Her style made her famous. How would you describe it? Teutut? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. Genug von Sarah Hawkins. I've got what I need. Anything else? Joop, ich würde sagen... Ach komm, sind wir mal freundlich. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater. When our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Aha, also geht's denen auch nochmal so gut. Dann würde ich sagen, ja, haben wir's eigentlich, oder? Also, ich würde sagen, hier drauf müssen wir ihn jetzt echt nicht ansprechen und einen Drink bestellen will ich auch nicht, von daher gehe ich jetzt erstmal. Okay, gut, mit dem können wir nicht weiter reden, aber ich möchte mit der mysteriösen Dame sprechen, die da saß. Okay, hier ist Dingens, hier ist ein netter Ofen. Prohibition, ja, verstehe. Können wir uns hier mal noch ein bisschen umgucken. Dann hat er gesagt, du hast kein Recht, um uns so zu verhalten. Und der Doktor, was hat er gesagt? Er lacht, mein Gott. Du hast gesagt, ich bringe mich, alles gut. Okay, der hat kurz in meine Richtung geguckt, aber dann nicht mehr. Ein mirakulöser Fangen. Wundersame Fangen, aha. Wundersamer Fangen. Skylar kehrte in den Hafen zurück und rette Darkwater vor der Hungersnot. Wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Die Besatzung der Skylar oder das, was von ihr übrig blieb, kehrte am Dienstagnachmittag in den Hafen vor Darkwater zurück. Die Bewohner versammelten sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des unglaublichen Fangs an Bord des Schiffs. Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fangen genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigen Zahnwale übertrifft, bedeckte der Walfisch das gesamte Deck und hing teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleute erzählten eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fangen, aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nachhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, unter der die Insel seit längerem litt. Lagerhaus zu vermieten. Aha. Warehouse for Rent. Aha. Mr. Marx vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über ihre Lieblingszeitung erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Okay. Also das ist interessant. Festlichkeiten. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schränke zum gestrandeten Wal zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit und kosten Sie den wundersamen Fang. Jeder bekommt eine Flasche Waldrahn. Zögern Sie also nicht. Aha. Sachen gibt's. Wunderbar. Ein schöner Hinweis. Und da kann man anscheinend Warehouses quasi anmieten. Hier rausgucken. Ja gut, das ist halt nur hinten ein bisschen. Ein paar Steine und so. Die singen ein bisschen. Ich sprech mal an. Ich sprech's immer an. We're true Sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Ha, das Ende des Walfs. Was ist das für ein Lied? altagend. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof? Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened, just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last. The biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Ja. Die können in Ruhe weiter singen. So, jetzt würde ich sagen, das heben wir uns mal auf unser Schätzchen hin. Äh, hier hinten. Könnten wir raus. Okay, dann sprechen wir jetzt mit unserem Schätzchen. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Hallo! Äh, die trinkt alle unter den Tisch. Nichts, gar nichts. Was macht eine Frau wie sie an so einem Ort? Ähm, ich überlege, ob ich diese Antwort nehmen soll. Ich meine, man muss natürlich bedenken, es ist 1924, ne? Von daher... Die Klientel ist predominant male. Sag mir etwas, was ich nicht weiß. Ich habe nichts von dem. Ich habe nur gefragt, was eine Frau wie du in dieser Flüttrappe macht. Und ich wundere mich, was durch die Hände der Schätzchen, die geht, um sie zu schmerzen. Lass mich trinken, stranger. Ich habe gesagt, du hast es gebetet. Okay, gut, wir haben es ordentlich verkackt. Naja, sonst ist das nun halt mal im Leben, ne? Was willst du machen? Ähm, kann ich jetzt eigentlich meine Fertigkeitspunkte irgendwie verbessern, anwenden? Nö, kann ich anscheinend nicht. Na gut, dann können wir hier durch. Nö, ist abgeschlossen. Wunderbar. Klasse, dann würde ich sagen, haben wir es erst mal. Dann können wir ihn noch mal ansprechen. Nö. Ähm, dann war es das hier erst mal. Dann können wir gehen. Äh, wobei hier kommen wir noch. Franz Hawkins war ein schwerer Trinker. Und ein Täter. Interessant. Aha. Wer weiß, wer weiß. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal zum Hafengebäude. Aber vorher gucke ich mir hier noch mal so unter den Decks hier ein bisschen um. Aber, äh, ja, so richtig viel ist da wahrscheinlich nicht zu holen, oder? Also hier wird jetzt nicht unbedingt was sein. Ich muss sagen, ästhetisch macht das Spiel einiges her. Ich finde es sehr, sehr harmonisch irgendwie. So von der optischen Gestaltung gefällt mir. Finde ich super. Ähm, wir können ja mal hier so auf den Ausblick mal ganz kurz gehen. Oder? Das sieht doch toll aus. Oder? Das ist doch was. Das ist klasse. Wuhu. Ähm, ja. Geh auch mal rein. Hallo. Ich hätte auch da drüben reinkommen können, aber ich bin mal besonderes. Zack. Tür zu. Es zieht. Warte mal, kann ich die Tür hier auch zu machen? Ja. Wunderbar. Klasse. Ähm, dann sprechen wir als erstes mal mit Fitzroy. Ich habe die Charles-Hawkins-Cargo-Manifests rausgebracht. Die sind auf der Seite neben dir. Aber in Wahrheit sind du sicher, dass du zufrieden bist. Wenn du fertig bist, komm mit mir auf dem Deck. Ich habe die Charles-Hawkins-Cargo-Manifests rausgebracht. Die Ladungsverzeichnisse, okay, nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil eines Anlassdatums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Nein, kriegt man wahrscheinlich auch nie wieder, oder? Scheiße. Neuer Hinweis entdeckt. Ah, der verpisst sich jetzt. Fantastisch. Ähm, was haben wir denn sonst hier noch so? Wir gehen wieder einmal hier schön im Kreis. Und zack. Kapitän, die Abmachung ist klar. Halte deine Leute im Zaum. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib dem Überbringer einfach deine Zahlung. Cat. Mhm. Ein Drohbrief. Was haben wir hier? Ach, das ist eine Klingel. Das habe ich erst beim zweiten Mal hingucken. Er blickt. Was haben wir hier? Ha, 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 was haben wir hier? Aha. Aber wirklich was ableiten kann man daraus wahrscheinlich auch nicht, hätte ich gesagt, oder? Das ist ja eine Whale Null wahrscheinlich. Also das ist wahrscheinlich irgendwie so... Na gut, eine Börse wird es wahrscheinlich nicht sein, aber so, ne? So Bestände und viel gefangen wurde. It finished up beached at the entrance to the harbor. Mhm. Mhm. Was haben wir denn hier im Hinterzeil? Alter, das ist ein großes Gebäude. Das ist cool. Äh, was haben wir hier? Äh, The Learning of Medicine. Volume 2. Äh, dieser Band lehrt Ethik und bewährte Verfahren für medizinisches Personal. Okay. Damit haben wir mal wieder unseren medizinischen Fortschritt vorangebracht, oder unsere Medizinkunde verbessert. je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Ähm, was haben wir hier noch? Ähm, irgendwelche tolle Sachen? Auf diesem Foto postet ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Okay. Da ist nix drin. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Ach, das Holzbein. Ach, das Holzbein. Natürlich. Klar. Ja. Klar, das Holzbein von dem Typen da auf dem Ding. Mein Gott. Da hab ich auch wirklich kurz gebraucht. Also, hab ich erst mal kurz überlegt. So, was ist das? Egal. Ähm. Ach so, mit J war ja schon nah, ne? Äh, wie viele Charakterpunkte hab ich? Ein. Ah, super. Ja, klasse. Okay, das kann ich eh nicht sonst verbessern. Ähm. Ja. Ach, keine Ahnung. Lass ich erst mal dabei, oder? Hätte ich gesagt. Mehr können wir da jetzt eh nicht machen. Das heißt, gehen wir mal wieder runter. Mehr ist hier ja nicht. Hier hinten geht's auch nicht hoch. Das wurde entsprechend verbarrikadiert. Mehr haben wir auch nicht. 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 Nee, 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 nee. Wunderbar, dann weiter geht's hier. Hoppa. Von hier, I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my sailors. The fights at the stranded whale. Even the antics of these warfrats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. Ah, I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Aha, jetzt wird's interessant. Ihre Papiere sind unlesbar. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember how the counter signed anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Hmm. I'm surprised Charles Hawking had goods to store, knowing that Whaling stopped in 1847. I see that you are interested in the history of our island. Indeed maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't have to go home. No. It was none of my business. Hmm. Ja, then fragen wir nochmal nach Lagerhaus 36, oder? I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Mr. You know who the building belongs to. Don't you? Lügen. Ich habe keinen Blass und Schimmer. Sie überschätzen mich. Sie unterschätzen mich. Ähm. Ist das ein Spiel für Sie? Ermittlung Profi. Aha. Boah, das ist jetzt schon wieder schwierig. Ah, es gehörte der Familie Hawkins, kann ich auch sagen. Ja, dann sag ich das doch einfach. Ich gehörte der Hawkins-Familie. Precisely. Schip-Owners von Vater bis Son. Let's go. Ich denke, dass jemand hier hier wollte, mich dieses Warehouse suchen. Äh, okay, ich weiß wo es ist. Über Darkwater reden. Ja, das wollen wir auf jeden Fall mal machen. Wer ist? Cat. Okay. Okay. Na gut. Äh, sie sehen den Mann auf dem Foto ähnlich. Ja, der Vater, ich hab's mir jetzt schon gedacht. Ich hab's schon gedacht, wenn der so ähnlich sieht, krass. John Fitzroy. John Fitzroy. Habe ich mir schon angeguckt. Sehr, sehr geil. Okay, ich habe den Killerwahl im Hafen gesehen. Ja gut, wir jetzt mittlerweile auch. Ah ja. So, so. Äh, wer, was könnte ihn getötet haben? Killerwahl haben nicht viele kennengelernt. Das ist wahr. Und normalerweise sind sie hier nicht gefunden. Aber ähm, ähm. Du gehst mich für einen Fuss. Gib es mal. Habt ihr gehört über die Däpfe? Trenchen, die in die Erde plungehen und die schelterten Kreaturen, nicht wie jeder andere? Du sprichst über Mythologie. Ha, wirklich, du bist richtig. Hä, hä. Ich mag ihn. Er ist mir irgendwie sympathisch. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? Hm, you think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Hm. Na gut, na gut. Was haben wir sonst noch so? Dieser Wundesame Fang. Ja. Ist es eine lokale Legend? Nicht überhaupt. Es ist ein Episode aus unserer glücklichen Vergangenheit. Habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Sehr, sehr cool. Okay, dann zurück über Darkwater reden. Gut, da haben wir alles abgearbeitet. Äh, das brauchen wir nicht. Dann sind wir fertig hier. Wunderbar. Toll. Komm zurück und siehst mich, wenn du etwas Neues hast. Machen wir. Äh, wir haben ein CP gewonnen. Ähm, okay. Der Wal, den haben sie anscheinend zurückgeballert. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Düptudub. Duptudub. Aha. Sie haben es also fast geschafft, ihn zurückzutragen. Was haben sie so viel Damage gemacht? Ja, das ist eine... Wir gucken uns hier einfach mal weiter ein bisschen um. Okay, hier ist nichts. Können wir mit ihm reden? Ja, natürlich. Äh, wer interessiert sich für das Lagerhaus? Was macht die Polizei hier? Ich muss in dieses Lagerhaus. Äh, wer interessiert sich für das Lagerhaus? Wer sind diese anderen, so interessiert in das Lagerhaus? Und warum würde ich dir sagen? Halten um Geredewandheit zu testen. Es könnte mir mal etwas... Ja, überhaupt, ganz ehrlich. Hal... Hm. Der Badge? Genau. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay, okay. Spare me the next verse. I'll tell you what I know. Okay. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat. So... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. Who are they? Sorry. I really can't talk about them. Aha. Okay, gut. Der sieht ein bisschen so aus, als wenn er uns nicht reinlassen würde. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen umgucken und vielleicht einen anderen Weg finden. Äh, alles schwierig. Könnt ihr mir hier irgendwas verraten? Why did you do that, huh? We saw what you did to Saint Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows Saint Brendan. The navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue and then those two bozos behind us. Wait. Now that I think about it. It's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Well, yeah. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Hmm. Not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Na gut, hier glaube ich, da kommen wir nicht großartig weiter. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers? Scum. They're protecting their territory. From whom? I wonder. They really don't have a choice anyway. They really don't have a choice anyway. They're more scared cat than an attack by drunken sailors. Haha. Schon wieder cat. Wer's cat? Is it cat who's shaking down, Captain Fitzroy? Hold on, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Aha. Aha, diese cat is it. Mhm. Ja gut, haben sie keinen. We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Ja, wie bei uns im Osten, da gibt's auch keine Arbeit. But since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Okay, der heilige Brennan. What do you mean by local exactly? You wouldn't be looking down at us, like all towns people do. St. Brendan, he protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced them. Die Wichser, die machen wir kalt. Ja, haben wir alles. Wunderbar. I've taken enough of your time. We'll see you later. Okay. Okay, also wir wollen anscheinend da hinten durch. Und dafür muss ich dafür sorgen, dass quasi die Leute, die da attackieren. So. Irgendwie sowas. Und hier vorne ist hier der heilige Brennan. Den gucken wir uns jetzt mal genauer an, was da jetzt hier abgeht. Das will ich mir jetzt mal anschauen. Depp, 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 depp. So, was haben wir denn hier? Ähm. Ah. Oh. Hier. Ah, ihr seht schon. Das ist natürlich... Oh, das ist nicht schön. Also, nee. Nee. So nicht. Ähm. So? Schon mal gar nicht. Brandon. Aha. Okuntismus. Okuntismus. Hat vielleicht was mit dem Gemälde zu tun. Aber ich würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war wirklich heute mal wieder ein wunderschöner Part. Wir haben einiges erkundet. Wir haben mit einigen netten Menschen gesprochen. Ähm. Und von dem Sinne her bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir gucken mal, ob wir es irgendwie in das Lagerhaus 36 schaffen, oder? So sieht's aus. Das ist der Plan. In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.